Und jetzt passt auf, in Arizona sind nur Tischfeuerwerk erlaubt, Wunderkerzen aber nicht. Was geht ab Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Ja meine Freunde, heute in diesem Video starten wir mit einer neuen Videoreihe komplett durch. Und zwar, passt auf, Feuerwerk in anderen Ländern. Und heute fangen wir mit Feuerwerk in der USA an. Im Teaser habt ihr schon ein bisschen mitgekriegt, wie das Ganze in der USA aussieht. Aber das ist bei weitem nicht alles. Deswegen schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Schluss an. Lasst auf jeden Fall gerne noch ein Abo da. Aber jetzt halte ich meinen Maul und wir fangen an mit dem ersten Punkt. Was ist das denn? Oh nein Gott, was ist geschehen? Richtlinien. Da gehen wir jetzt erstmal drauf ein, wie das Ganze im Gesetz in der USA aussieht. Und am wichtigsten ist doch jetzt erstmal, wann ist überhaupt Feuerwerk erlaubt? Und jetzt passt auf, nicht wie in Deutschland, nur einmal an Silvester, sondern sogar zweimal. Nämlich am Nationalfeiertag noch. Finde ich eigentlich, dass wir das auch mal in Deutschland einführen könnten, dass wir am Tag der Deutschen Einheit auf Feuerwerk zünden dürfen. Da würden sich auf jeden Fall die Grünen Wähler freuen. Welches Feuerwerk ist überhaupt erlaubt? Das Ganze ist eigentlich ähnlich wie bei uns. Nämlich Consumer Feuerwerk ist dort, wie bei uns, Klasse 2. Da darf die Batterie auch maximal 500 Gramm NEM haben. Aber passt auf, früher waren es nur bis zu 350 Gramm. Da haben die Amis sich bestimmt auch was einfallen lassen, haben ein paar Batterien zusammengeklebt, dann waren das schon mal schnell mehr als 350 Gramm. Bis zu 50 Milligramm Blitzsatz ist in Feuerwerkskörpern erlaubt. Ob das jetzt wirklich Blitzknallsatz ist, kann ich natürlich nicht zu 100% sagen. Im Gesetzestext steht Flash Powder. Ich bin nicht der Beste in Englisch, sage ich mal so. Aber der Google Translator sagt auf jeden Fall ja. In Amerika sind Shells mit maximal 60 Gramm NEM erlaubt. Junge, am Ende dürfen die da so fette Shells zünden. Geisteskrank. Vor allem 60 Gramm ist dann doch schon ordentlich, wenn man jetzt mal mit Deutschland vergleicht. Auch sowas wie Reloadable Shells sind in Amerika erlaubt. Ey, ey, warte, warte, ey. Junge, sowas kannst du in Deutschland vergessen. Da kommst du gefühlt in den Knast, wenn du sowas zündest, wenn du keine Genehmigung hast. Ja, und bei uns Raketen dürfen ja... Ja, erst mal kurz, fast freck an meiner eigenen Spucke. Ja, genau, in Deutschland dürfen Raketen eben, glaube ich, so bis 20 Gramm NEM haben. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, so in dem Rahmen. Das ist gerade mal ein Viertel. Junge, aber da könnte ich eigentlich mal überlegen, ob ich in die USA auswandere. So Shells, Reloadable Shells ist schon was Schönes. Na, aber ob ich das wirklich umsetzen werde, weiß ich nur nicht. Werdet ihr im späteren Verlauf des Videos sehen. In Arizona sind nur Tischfeuerwerke erlaubt. Wunderkerzen, aber nicht. Denn es gibt in den einzelnen Staaten echt schon große Einschränkungen bei Feuerwerk. Aber darauf gehen wir später ein. Ja, genau, aber wie in Deutschland. Wenn du größere oder bessere Sachen zünden willst, brauchst du eine sogenannte ATF-License. Das ist bei uns in Deutschland, kann man ähnlich sagen, wie der 27er-Schein. Aber da fallen natürlich noch ein paar mehr Sachen drunter. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Wenn ein paar Informationen nicht stimmen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Weil gefühlt auf jeder Seite steht es irgendwie ein bisschen anders. Und ganz sicher kannst du es natürlich nur sagen, wenn du in der USA wohnst. Da weißt du es natürlich. Wir wissen natürlich auch, wie es bei uns in Deutschland aussieht. Ja gut, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Wo ist überhaupt Feuerwerk erlaubt in der USA? Es gibt fünf Staaten, wo es verboten ist. Delaware, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island. Dann gibt es noch fünf weitere Bundesstaaten, wo es nur minimal erlaubt ist. Damit meine ich jetzt so Wunderkerzen, kleine Party-Effekte, so Tischfeuerwerk. Illinois. Ja, komm mal, als Maul mit der Aussprache kann ich es halt auch schon wieder komplett vergessen. Wunderkerzen, Iowa, Main, Ohio und Vermont. Und jetzt passt auf, in Arizona sind nur Tischfeuerwerk erlaubt. Wunderkerzen, aber nicht. Jetzt stell dir mal vor, du ziehst da so als Familienvater von einem Bundesstaat in den anderen. Jetzt an Silvester, keine Ahnung. Eine Wunderkerze führt deine Kinder anmachen. Auf einmal steht die Polizei vor der Tür. Verhafte dich erstmal, steck dich in den Knast. Aber wenn einer aus Polen hinziehen wird, der wird wahrscheinlich nicht mal eine Wunderkerze anziehen. Da wird er direkt ein paar Polenbölle auf die Straße schmeißen. Na, Todesstrafe incoming. Ach, schade und ich wollte schon nach Arizona auswanderen. Ich glaube, das kann ich jetzt vergessen. Ja, genau und in den restlichen ist es ungefähr erlaubt. Jungs, aber jetzt kriegt euch das mal an den Kopf, wie unlogisch das eigentlich ist. Du wohnst in Arizona. Vor deiner Haustür steht ein Waffenladen. Du gehst rein, kannst dir direkt eine Waffe holen. Kleiner Background-Check, das war's. Junge, und für Wunderkerzen musst du gefühlt den Schwarzmarkt aufsuchen. In Deutschland ist es genau andersrum. Wann ist eigentlich der Verkauf erlaubt? Das Ganze ist nicht so einfach zu sagen. Bei uns in Deutschland wissen wir in jedem Bundesland drei Verkaufstage. Also normalerweise an 29., 30. und 31. In der USA ist es in manchen Bundesländern gar nicht erlaubt, Feuerwerk zu verkaufen. In manchen wiederum ist es das ganze Jahr über erlaubt. Und in anderen nur ein paar Tage. Oder über eine bestimmte Saisonzeit. Aber in denen, wo es das ganze Jahr über erlaubt ist, Junge, das ist ja so geil. Du wirst so gezwungen, mit deiner Frau shoppen zu gehen. Läufst durch die Stadt und auf einmal ist da ein Geschäft, wo du dir erstmal ein paar Reloadable Shels kaufen kannst. Das wäre ja ein Paradies in Deutschland. Fasst auf, in Mississippi ist ab 14 Jahren der Verkauf von Feuerwerk erlaubt. Ich weiß jetzt nicht, ob darunter jetzt, wie bei uns in Deutschland, F1 Feuerwerk fällt oder F2 Feuerwerk. Aber wer ist F2 Feuerwerk? Das wäre ja heftig. Und in Arkansas ist es schon ab 12 Jahren erlaubt. Und der Verkauf ist ganzjährig. Feuerwerksverkauf. Das ist auf jeden Fall jetzt schon der zweite Punkt im Video. Und da sprechen wir zuerst mal über die ganzen Firmen. Auch die USA bezieht größtenteils ihr Feuerwerk aus China. Oh, wie unerwartet. Aber natürlich gibt es auch Hersteller aus der USA, zum Beispiel der bekannteste TNT Fireworks. Ich zeige euch hier mal kurz die Website. Ja, und dann schauen wir uns jetzt nochmal ein Video von der Batterie an. Bei Trending Videos steht da nämlich auf Platz 1 Super Final Pack. Sind aber mehrere Batterien drin, da schauen wir uns natürlich nicht alle an. Bis zum nächsten Mal. Also ich finde die Designs auf jeden Fall echt geil. Und da sind echt schon ein paar gute Sachen dabei. Aber was mir aufgefallen ist bei vielen Batterien, ist die Schusszeit etwas langsam. Und angeblich, wenn man es auf Google eingibt, ist der beliebteste und erfolgreichste Verkäufer in der USA Phantom Fireworks. Dann haben wir noch den Feuerwerkshersteller International Fireworks. Und der ist sozusagen der Führende für professionelles Feuerwerk. Und passt auf, auch im Walmart kann man Feuerwerk kaufen. Das ist dann aber auch nur zur Saisonzeit erhältlich. Und wer importiert, ist der Führende für professionelles Feuerwerkshersteller International Fireworks. Und wer importiert eigentlich das meiste Feuerwerk? Ganz klar, Mississuri. Umwelt. Sind wir jetzt schon beim dritten und vorletzten Punkt angelangt. Und da schauen wir uns jetzt mal die Umweltverschmutzung in der USA von Feuerwerk an. Dort wird jedes Jahr 60.340 Tonnen CO2 ausgestoßen. In Deutschland im Vergleich sind es so um die 2.000 Tonnen. Aber ihr müsst bedenken, dafür, dass in einigen Bundesländern sogar Feuerwerk verboten ist, beziehungsweise nur minimal erlaubt ist, liefern die restlichen Staaten echt schon ordentliche Ergebnisse. Ja, ist aber schon ordentlich. Da ballern die Amis auf jeden Fall auch schon ordentlich Feuerwerk raus. Ja genau, und das ist eben dasselbe wie ungefähr 12.000 Autos im Jahr verbrauchen. Ja genau, und 2017, ja ich weiß, ist schon ein bisschen älter, aber ich habe da jetzt nicht so viel drüber gefunden, waren ungefähr 13.000 Leute im Krankenhaus, eben wegen Feuerwerk. Aber ich glaube, das ist wie in Deutschland eher wegen dem Alkoholkonsum. Ich glaube, die Amis, die saufen auch ordentlich. Genau, und die ganzen Infos kommen eben von APA. Das ist wie bei uns in Deutschland ungefähr VPI und BVPK, Stimme für Feuerwerk eben. Fernstaltungen. Ja, da sind wir schon beim nächsten Punkt, meine Freunde. Und da möchte ich euch jetzt einfach nur ein Video zeigen. Und zwar findet jedes Jahr ein riesen Feuerwerk beim Empire State Building statt. Und da wurde sogar Feuerwerk vom Empire State Building runtergeschossen. Das ist jetzt der letzte Punkt. Und da vergleichen wir jetzt USA mal kurz noch mit Deutschland. Die USA hat natürlich wesentlich höhere Emissionswerte als wir jetzt in Deutschland. Ach, und wir in Deutschland wollen Feuerwerk verbieten wegen den Emissionen. Dabei ist Deutschland einfach nur ein Mückenschiss, wenn man es mit der USA vergleicht. Bringt ja mal gar nichts, das zu verbieten. Die USA hat mehr Verkaufstage als wir in Deutschland. Sie haben relativ ähnliche Richtlinien wie wir in Deutschland, was eben erlaubt ist und was nicht. Ja, teilweise nur, wenn man jetzt die Reloadable Shells mal weglässt. In der USA ist es einfacher an Feuerwerk zu kommen, als jetzt in Deutschland auch für jüngere Leute. Außerdem ist das Zünden zweimal im Jahr erlaubt, nicht wie in Deutschland nur einmal. Aber dafür gibt es in der USA teilweise echt geisteskranke Gesetze. Zum Beispiel in Arizona, dass du einfach keine Wunderkerzen zünden darfst. Ja, meine Freunde, das war es dann auch schon mit Feuerwerk in der USA. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Land ich als nächstes machen soll. Und ob euch diese Videoreihe gefällt. Lasst gerne noch ein Like da und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt eure Meinung zu USA in die Kommentare. Und dann würde ich auf jeden Fall jetzt noch sagen, abonnieren, liken und Schwarzpulver inhalieren.